Ich wollte unbedingt dem vorbestimmten Weg entkommen. Uni, Arbeit, Ehe, Kinder. Ich wollte das Außergewöhnliche erleben. Danke, Herr. De nada, valla con Dios. Ich habe meinen Eltern gesagt, in einem Jahr bin ich wieder zurück, aber ich glaube, ich komme nie wieder zurück. Ich habe in einem Buch gelesen, die letzte Freiheit des Menschen ist seinen eigenen Weg wählen zu können. Die verborgene Welt, deshalb bist du doch hier. Lasst uns mit einem völlig Fremden in den Dschungel gehen. Du bist Fotograf, richtig? Du wirst Fotos machen, die dich direkt ins National Geographic bringen. Na gut, dann los! Hier ist die letzte Grenze der Erde. Der Dschungel zeigt uns, was wir wirklich sind. Perfekt ausbalanciert. Das Problem sind wir. Wir sind der Krebs. Wir verdienen es zu verschwinden. Der Einzige, der weiß, wo wir sind und was wir machen müssen, ist abgehauen. Karl! Stopp! Du bist so ein Versager, das ist ja unglaublich. Bleib kein zu, ich lasse dich! Lass mich nicht allein! Ich lasse dich nicht allein, okay? Ich lasse dich nicht allein! Hallo! Hört mich jemals! Was? ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020